Mein Name ist Hermann Kardasch, ich tauche seit 65 Jahren. Er war ein begeisterter Taucher, Beginner unter der Hans-Hass-Ära. Mein Schwerpunkt im Tauchermuseum hier in Weißenbach am Attersee besteht seit zweieinhalb Jahren. Und erwähnenswert wären die Schwerpunkte. Das ist einmal die ganze Story mit dem Herrn Professor Hans-Hass. Damals im Zuge der Hans-Hass-Medaillen, die wir über den oberösterreichischen Landestauchsportverband in Linz alle zwei Jahre international abgeführt hat, also Dias und Filme. Und dafür bekamen die Preisträger die Hans-Hass-Medaille in Gold, Silber und Bronze. Und diese wurde in einem Festakt mit dem Herrn Professor Hans-Hass in Linz, im großen Saal des Magistrates Linz, verliehen im Rahmen einer Tauchernacht. Hier haben wir die Geburtsurkunde und die Entstehungsgeschichte der Hans-Hass-Medaille, die in Verbindung mit dem Herrn Professor Hans-Hass und Herrn Professor Helmut Zobel kreiert, entwickelt wurde. Hier haben wir Bleiabgüsse, wie der erste war, dann weiter zur Kontrolle für den Graveur Professor Helmut Zobel in Wien. Und das sind dann die Endprodukte als solches. Und für die Hans-Hass-Medaille habe ich gesetzlich gesehen das Verfügungsrecht für alle möglichen digitalen Aufnahmen und Vermarktungen weltweit. Diese Behälter sind aus dem Sudan, wo Professor Hans-Hass des Öfteren war, aus seinem Privatbesitz in Wien. Hier haben wir zum Beispiel die vom Herrn Professor Hans-Hass produzierte, entwickelte Hans-Hass-Flossen. Es hat ja damals überhaupt nichts dahingehend gegeben. Das war eine Aufbruchstimmung, eine Maske und eine Flossen, nur schnorchelnderweise zum Beispiel. Hier haben wir die Rolle Marin, ein Unterwassergehäuse für die Rolle Flex, eine Rollfilmkamera mit 6x6. Man konnte da einen Film einspannen, einen Rollfilm von maximal neun Bildern pro Tauchgang. Da musste man die Kamera wieder rausnehmen und eine neue einsetzen. Nicht so wie heute, wo man sich digital unter Wasser schon das Ergebnis der Fotografie ansehen konnte. Hier haben wir ein selbstgebautes Unterwassergehäuse, das von einem Schlosser zusammengeschweißt worden ist. Das ist ungefähr 60 Jahre jetzt alt, 70 Jahre. Und hier eines auch selbst gebaut, einen Aluguss als solches. Und wir haben hier dann die verschiedenen Kameragehäusen, die auch ich zum Großteil verwendet habe. Vom Huggy Fott, von Stepanek und so weiter. Mit Scheinwerfern, mit Blitzgeräten, mit der Eumig Super 8 Kamera. Das waren damals die zur Verfügung stehenden Fotoapparate und Filmkameras. Hier haben wir einen Helmtaucher aus der Ukraine. eine Art Nachbau der Träger-Dynastie als solches, mit einer Lichtversorgung für Unterwasser. Man sieht auch hier die zyrillische Schrift und die Bleischuhe dazu, den Tauchanzug als solches. Und hier herüben haben wir den klassischen Träger-Tauchanzug mit Bleischuhen, mit Rettungsluft. Wenn die Luftversorgung nicht mehr funktioniert, weil der Schlauch zum Beispiel abgeknickt wäre, dann konnte er sich aufblasen. Und hier haben wir das echte Trägermesser. Ein sehr schweres und drehbares Messer. Um es nicht zu verlieren, ist es Ding. Und das war das klassische Trägermesser. So hat man sich damals gedacht, wenn ich irgendwo hängen bleibe, dann kann ich damit auch den Luftversorgungsschlauch durchschneiden. Oder mit ungeheuren Unterwasser kämpfen. Das war damals die Philosophie der Taucherei. Wir haben hier ein ganz seltenes Stück von Träger. Das ist der P51, eher einstufiger Regler. Faltenschlauch nur mit einem Schlauch. Und man konnte hier das Mundstück auch anders ansetzen. Das war schon eine Besonderheit. Wurde nur in geringen Stückzahlen damals gemacht. Ich glaube, 50 Stück maximal. Hat sich nicht bewährt. Hier ist auch das Ausblossventil. Wenn man sich das so anschaut, hat man vor dem Gesicht die Luftblasen gehabt, die Ausatmung. Weiters haben wir hier von Träger auch ein Versuchsstück. Auch wieder den P61. Nur mit einem Ansaug. Und ausatmen musste man zum Beispiel durch die Nase. Oder rausgeben, ausatmen und wieder in den Mund nehmen. Also sehr umständlich. Und es war damals nicht klar, wie man das regelt. In Frankreich kam dann der Mistral-Regler. Das war natürlich von Cousteau diese Art. Auch mit diesen habe ich jahrelang getaucht. Und zu sagen ist, dass es für damalige Verhältnisse ein fantastisches Gerät war. Man bekam ganz leicht Luft, hatte keine Atemschwierigkeiten damit. Aber zwei Schläuche. Jetzt gibt es nur mehr, Gott sei Dank oder wie man es auch nennen möchte, die Einschlagregler. Das ist so die jetzige neue Sache. Aber auch schon wieder viele Jahre alt. Zum Beispiel hier von der Firma ScubaPro. Mit auch diesen atmet man daraus ein solches. Zum Schluss möchte ich sagen, das ganze Museum hängt ein sehr viel Herzblut daran meinerseits. Und einmal die Hans-Hass-Medälle, dann die Unterwassergehäuse, selbst gebaut und so weiter. Und andere Trophäen, wie auch eine Amphore zum Beispiel. Und es ist leider so, dass die Epoche der damaligen Aufbruchstimmung ja schon lange zurückliegt. Und man halt jetzt im Tauchen nostalgisch noch diese einzelnen Exponate ein solches lagern tut. Und das alles. 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 Und das alles.